Hoch oben in den Bergen ist die Welt friedlich und ruhig. Nun ja, meistens. Lilla! Hoi, ich heiße Heidi. Du nimmst das Mädchen heut mit auf die Alm. Denk dran, sie kennt die Berge nicht. Wie heißt du eigentlich? Peter. Zeigst du mir da mal, wie man das macht? Schön. Ein kleines Mädchen. Guten Morgen, Geissen. Mit einem großen Herzen. Auf der Suche nach ihrem wahren Zuhause. Bitte lässt, Großvater. Na, Heidi. Heidi! Wie würde es dir gefallen, in einem ganz schönen, großen Haus zu wohnen? Ich bin Clara. Wo ist Heidi? Heidi! Wir essen hier mit Besteck. Man hat uns eine komplett verbildete und ungebildete Kreatur ins Haus gebracht. Die sind ja herzig. Da, wo du herkommst, hm? Das ist sicher sehr anders. Großvater. Juhu! Erlebe die einzigartige Geschichte. Clara ist so fröhlich wie noch nie. Wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Großvater! Heidi. Weihnachten im Kino. Das ist nicht schön. Auf dem Kino. Auf dem Kino. Der Kino.